Warum tut sich die Regierung so schwer mit dieser pragmatischen Lösung, die Kernenergie zu verlängern? Die Regierung tut sich nicht mit pragmatischen Lösungen schwer. Ich meine, wir haben gerade erlebt, dass Robert Habeck, und das ist ihm sicherlich nicht einfach gefallen, in Katar war und dort über die Frage der Lieferung von LNG-Gas, also von Flüssiggas verhandelt hat. Da gehe ich jetzt mal fest von aus, und das hat man ja auch in den Statements gesehen, das ist für Robert Habeck kein einfacher politischer Weg, aber es ist ein sehr pragmatischer Weg. Aber ich kann die Logik nicht verstehen, das muss ich Ihnen deutlich sagen, eine Unabhängigkeit von russischem Gas und Erdöl dadurch zu schaffen, dass wir die Abhängigkeit von russischem Uran, das wir brauchen für die Weiterbetreibung von Nuklearanlagen, dass wir da einfach die Abhängigkeit wechseln. Es gibt ja auch noch woanders auf der Welt. Naja, aber 25 Prozent kommen nun mal aus Russland. Aber jetzt machen wir uns lieber von einem Dispoten in Katar ab. Das, was wir schaffen müssen und das nochmal, ich meine, ich bin ja froh, dass die Schläfrigkeit im Wirtschaftsministerium, die über ein paar Jahre da war, dass die jetzt beendet ist. Wenn Peter Altmaier konsequent mit seinen Parteifreunden in Bayern, in Nordrhein-Westfalen drüber geredet hätte, ob wir mal Windkraftanlagen ausbauen, ob wir im Bereich der Erneuerbaren vorankommen, dann wären wir jetzt schon viel weiter in der Frage der Unabhängigkeit. Und das ist der richtige Weg, rauszukommen aus der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas, indem wir massiv die Erneuerbaren ausbauen und indem wir dafür sorgen, dass das, was wir hier in unserer Heimat haben, nämlich Sonne und Wind, dass wir diese Energiequellen nutzen, dass wir Wasserstoff hochfahren. Aber ja, wir brauchen für einen Zeitraum, brauchen wir eine Überbrückung. Die wird ein LNG-Gas sein, das ja übrigens nicht nur aus Katar kommt, sondern auch aus den USA kommt. Wo wir jetzt bei mir in Niedersachsen, wo wir in Schleswig-Holstein, wo wir jetzt schnell auch die Terminals aufbauen, das geht bei uns in Niedersachsen bis Ende 2023, in Schleswig-Holstein, glaube ich, bis 2025. Also da sind Sachen, die können wir jetzt sehr schnell aktivieren. Aber das Zurück in die Atomenergie ist nicht der richtige Weg. Mhm. Ja. 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 Vielen Dank.